Zum Wetter. Carsten Schwanke, macht der April auch zum Wochenbeginn weiterhin, was er will? Tja, anscheinend macht auch die Technik, was sie will, denn wie Sie hören, hören wir nichts. Leider von Carsten Schwanke aus München und deswegen versuchen wir es nochmal oder müssen wir die Sendung an dieser Stelle leider zumachen, weil die Leitung nach München zu Carsten Schwanke nicht geklappt hat. Ich denke, das werden wir tun und verabschieden uns damit. Das war's von uns. Ich kann Ihnen leider zum Wetter in der kommenden Woche auch nicht so sehr viel sagen, deswegen sage ich, dass es jetzt weiter mit dem historischen Spielfilm Lebewohl, meine Königin geht. Ab morgen begrüßt Sie dann Karin Mioska wieder an dieser Stelle von uns allen hier einen schönen Feiertag morgen und einen guten, pannenfreien Start in die Woche. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017